Kalle, ich liebe deinen Schwanz. Oh ja. Gib ihn mir in dein Gesicht. Jesus Christ. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde League of Legends. Ich bin so froh, dass Niklas wieder in Deutschland ist und er meine Brust rührt. Wie mach ich das? Oh mein Gott! Und wir haben uns überlegt, wir gehen jetzt zusammen auf die Botlane. Ja, wir sind ja beide die besten Spieler in LoL. Mordekaiser AD Carry is back in the game. Mit geiles Support. Ich möchte mich mal ganz kurz an der Stelle vorstellen. Mein Name ist Nixterboy. Ja, der Plan ist eigentlich, dich nach vorne zu bringen im Live. Ich hab einfach Level 5 Mastermind, Junge, was ist los? Ich bin einfach bei Fnatic, Junge, was ist los? Du bist echt bei Fnatic, du hast das Fnatic-Logo, Alter. Ich hab heute auch für Fnatic gestreamt. Du hast das Fnatic-Jersey angehabt. Ja. So, wir gehen hier völlig Börder-Obers-mäßig rein. Wir pushen hier die Scheiße raus, oder? Ja, voll. Oh, was ist das? Ach, das ist weh auf mich. Ja. Wo sind die Gegner? Du hast einen verpasst, ne? Nein, ich hab zwei verpasst, um genau zu sein. Nice. Hauptsache, wir haben beide vier Last-Hits. So, dann können wir eigentlich Base gehen und einkaufen, oder? Aus einer Wave, acht Last-Hits. Wie machen sie das nur? Und dabei haben wir trotzdem noch zwei Minutes verpasst. Und Pound. Oh, geil. Fnatic-Lot. So, ich hab jetzt wieder den Relic-Shield ab. Hau ab! Wir müssen raus? Wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir müssen übrigens raus. Wir müssen übrigens raus. Die Frage ist, wann mache ich meinen Flash-Taunt? Also, das ist eigentlich die Frage, wie wir uns alle beschäftigt, die ganze Zeit schon. Minute vier. Kalle denkt über den ersten Flash-Taunt nach. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die ist raus. Kannst flashen? Schön. Halleluja! Scheiße! 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 Ich hätte den wahrscheinlich dort schon genommen. Du bist jetzt auch tot? Nee, nee, nee. Oh mein Gott! 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 Scheiße! Geil! Oh, ich hab keinen Sitz. Okay, jetzt sind wir zu tot. Lass mal hier drin warten. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ja, das ist eine richtig geile Idee. Lass mal hier drin warten. Okay. Früher oder später werden die hier lang gehen. Wir warten jetzt einfach mal. Ich mein, hey. Das ist natürlich jetzt kein Wort. So, dann gehen wir rein. Oh, schade. Ja, alles verkackt. Oh ja. Der muss sterben. Der stirbt. Der stirbt. Der stirbt. Ah, Baby! Perfekt. Jetzt raus da. Jetzt raus da. Sicher? Ja. Schön ist nämlich sechs. Oh shit. Der stirbt doch. Oh Gott. Oh nein! Oh no! Sie stolz sterben! Nein! Ich konnte nicht. Oh, guck dir das an. Ja! Wegen der Ult oder was? Ja, die Ult war doch übel. Nice. Perfekt. Drei, zwei, eins. Boah. Oh shit. Oh. Oh shit! Oh, no, 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 no. Ohhhh! 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 Was ist da los? Okay, mal rein. Oh, Baby, doch, lass. Alter, Alter. Gewinner, los. Nice. Klatsch. Mit der Keule in den Turm rein. Okay, Randa. Okay, ich hab ihn geholdet. Wir müssen jetzt all in. Ich bin kein Weg dran vorbei. Ich hab hier die anderen weggesoned. Wir müssen jetzt all in. Er ist Gold-Deport. Das heißt, wir flashen jetzt hier rüber? Flashen jetzt hier rüber. Oh, yo. Oh, yo. Okay, das war vielleicht ein bisschen greedy von mir. I'm coming. Nice, danke, Bro. Oh, tschüss. Wow. Was? Ich hab sogar geholdet, aber die Ding, wurde die abgebrochen mit meiner Old offensichtlich. Frech. Versteh ich jetzt nicht. Frech. Versteh ich nicht. Sind wir hier? Aber ich glaub, unser Team holt das. Aber unser Team macht das schon. Gut, wir sind jetzt, wir beide sind tot, der Rest von unserem Team fightet, aber hey. Ich mein, aber das ist doch okay. Ich mein, wir haben jetzt quasi das, wir haben den Fight gecarried. Mit unserem Tod haben wir quasi das. Guck mal, was im Chat steht. Moment, chat auf. Vielleicht... Warum geht der nicht? Vielleicht wollte ich ein paar Spails benutzen, man weiß es nicht. Das ist schade, dass du nicht auf mich wartest. Einfach, dass ich darüber flashen muss. If you like Pina Coladas... Wir können den Drag auf Solo-Sidene-Push schicken gehen. Guck mal, jetzt komm ich Mitte. Und der Drag? Der macht ja voll die Reise, ey, durch den Wald, ey. Oh, was? Hier haben wir von Baron gemacht, oder was? Ja. Schwierig. Doppelkehr! Schön. Oh ja. Aber meanwhile, unser Drag in der, äh... In der Potney. Okay, ich bin leider gestorben. Ich hab so das Gefühl, dass die beste Zeit vorbei ist. Aber das will ich jetzt gar nicht. Nee, 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 nee. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen los. Die machen das. Die machen das. Die machen das. Die machen das voll. Ja, keine Chance haben die. Die haben einfach keine Chance. Alter, ihr habt die einfach zerlegt. Easy. Holy shit, Mann. Okay, rein. Ich hab keine Ahnung, ob das klappt. Oh, jetzt haut der ab, der Pimmelberger. Hä, wo ist denn? Ja, in die Wand, Alter. Wie tief kann der denn in die scheiß Wand rein? Dann kommt die bei Dota wieder raus. Der kann... Der kann... Der kann... Ich hab gleich Flash taunt. Mach dich bereit. Alles klar. In einer Sekunde geht's los. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, scheiße. Okay. Aber ich hab schon mal den Leuten Angst gemacht. Und ich kann jetzt wieder Ulti raus. Das ist gut. Das war nice, Alter. Das war ziemlich geil gespielt. Ist egal, ob die gerade das Spiel beenden. Wir müssen das mit den Dragon machen. Das ist jetzt viel wichtiger, als das Spiel zu beenden. Wir beide stellen uns jetzt hier in den Busch. Und lassen den Drachen backdornen. Okay. Zieh das rein. Wir warten jetzt hier, ja? Wir machen noch nichts, außer zu gucken, was... Was macht er? Nimmt er die Knallpflanze? Warte, kann er das? Nee, er kann ihn nicht angreifen, leider. Okay. Wir backdornen jetzt mit dem Drake. Ich kann ihn leider nicht zentrieren. Das heißt, ich muss mir selber... Oh ja, ich glaube so. Er geht rein. Da geht er rein. Der Drake kommt in die Fahne. Los! Wenn ich das game für uns... Los, Drake. Ein Auto-Attack. Nächster Auto-Attack. Lass dich nicht unterkriegen, Drake. Auto-Attack die Nexus. Drake, 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 Drake. Oh, shit, die Auto-Attack. Gib ihm. Oh, er gibt wirklich... Gib ihm, Alter. Nein, 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 nein. Weiter hier. Boom. Alter, er macht das. Er macht das. Bitte, bitte, bitte. Oh, ich muss ihn immer wieder neu... Oh, er hört einfach nicht. Er hört einfach nicht. Er hört nicht auf mich. Auto-Attack den Nexus, Junge. Je lauer der im Leben wird, desto weniger hört der auf mich, glaube ich. Scheiße. So, ran da. Oh, ich hasse es. Wieso geht der die ganze Zeit auf mich? Nice, endlich habe ich meinen Reward bekommen, du Schwanz. Du Schwanz. Du alter Fisch. Du Nang. Du Nang. Du dummer Nang. Oh, hier ist noch Lee, hier ist noch Lee, hier ist noch Lee, hier ist noch Lee. Ja, die Bänden. Das war die erste Folge New Meta, ich bestimme jetzt einfach, dass es ein neues Format ist. Ähm, wir werden jetzt immer krasse Sachen spielen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst uns das mal in den Kommentaren und... Schreibt uns in den Kommentaren, was wir spielen sollen vor allem, welche Kombos. Ja. Gebt uns irgendwie Combo-Vorschläge, es hat mega Bock gemacht, finde ich. Also ich hatte echt Spaß. Und ich möchte gerne mehr Spaß an League of Legends... Äh, LoL. League of LoL, hätte ich gerne mehr Spaß dran. Und abonniert nicht mehr dabei. Abonniert Krokettenkalle. Nächste Folge kommt bei ihm. Tschüss. Nächste Folge kommt bei mir. Was? Nächste Folge kommt bei mir.